So, jetzt noch die Kohle von hier oben. Ich wollte gerade sagen, die Framerate geht, aber jetzt geht sie wieder. Die Framerate geht. Tschüss, Framerate. Und dann lauschen wir den Klängen, diese so wunderschönen Naruto Soundtracks. Ja. Nein, es ist die Spitze habe kaputt. Sammeln wir mal den ganzen Ranz hier mal auf. Und wir rechnen hier schon mal ein bisschen aus, damit da nichts spawnen kann. So. Oh, wie eine Schere. Da kommt schon ein wunderschönes Höhlengeräusch. Eieren Ohr, Alter, haben wir viel. Haben wir echt viel. Wir haben schon gesammelt, wir sortieren mal ein bisschen. Kohle. Dirt. Und so. Eieren. Hier ist noch euch. Ich muss das Essen mit Knochen. Dup, dup, dup. Ich erwarte noch mal ein bisschen. So. Damit ich gar nichts spawnen kann. So, dann trinke ich mal heimlich was. Aber nicht heimlich, sondern ich schneide es raus, weil sonst hört man das zu sehr. Glaube ich. Nein, jetzt hat man das Flaschendinges gehört. Das sah gerade so ruhig aus. So, wir müssen uns noch ein bisschen Stickies machen. So. Zack, zack. Na, Salz geht uns langsam auch raus. Das sollte, glaube ich, erst mal reichen für ein Anfang. Lass mal das Zeug jetzt hier. Ja, ich glaube schon. So. Spitzhacken haben wir. Wir können uns doch ein, zwei neue Schaufel machen. Wo ist das Eisen? Da. So, nur noch eine neue Schaufel. Das sollte vorerst so reichen. Woa, Creeper. Woa, noch ein Creeper. Alter, alter. Wollt ihr mich verarschen? Ach, nein. Boah. Alter. Noch ein Creeper. Alter, was ist denn hier los? Zack. Booyaka. Oh, 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 oh. Das hört sich nicht gut an. Lieber erst mal zurückgehen und hier diese ganzen Rohstoffe abbauen. Ich glaube, dann haben wir auch bald mehr als genug Kohle. Aber Kohle kann man ja bekanntlich nie genug haben. Jetzt höre ich für eine Spinne von hinten. Sie kreischt um ihr Leben. Wo ist die? Ich hoffe, die ist nicht hier oben irgendwo. Ne. Sieht nicht so aus. Ach, das Eisen war uns mitnehmen. Alter, diese Fledermäuse. Die gehen einem ja sogar nicht auf den Keks. Das ist schon wieder Cryo4-Musik. Ich habe ja Cryo4 selbst durchgespielt, aber als Let's Play... Ich habe überlegt, es zu machen. Aber... Ich muss mir dann, glaube ich, nochmal zwei Mal überlegen. Aber wenn dann auch nur mit Facecam. Und da muss ich selbst mal gucken. Ich glaube, da läuft die Aufnahme nicht so unglaublich flüssig. Und das will ich dann doch nicht. Aber ich hätte noch ein Spiel, was mir gerade eingefallen ist, was ich noch spielen könnte. Das wäre nämlich Left 4 Dead. Ha 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 ha. Oh, das habe ich nämlich für ein PC, tatsächlich. Was ich damals geholt, als es für 5 Euro gab. Das können wir wegwerfen. Ach komm, hier die Seeds. Brauchen wir nicht. Das könnte ich eigentlich spielen. Oder auch mal irgendwann... So in die Richtung ging es ja nicht weiter. Gab es noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Da geht es wieder nach oben. Tja, dann haben wir es auch. Oh, nein. Ich kriege schon voll die Panik. Obwohl noch nichts passiert ist. Die Oberfläche, oder wo? Sag es mir, Zombie. Wo bist du? Sie hat ja schon gleich sehen, wenn ihr eingetanzt kommt. Oh. 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 Alter. Kein Wunder, dass ich mir selbst Horowitz Place in ihr Vollbild angucken kann. Ich versuche gerade die Framerate zu beruhigen. Du, wenn ich den Stack der Kohle jetzt noch voll habe, ja, dann reicht das, glaube ich, erst mal mit Kohle, 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 Kohle. So. 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 Kommt es jetzt hier rum, oder...? Es könnte hier rumkommen, oder unten ein Creepermann. Ah, der kommt hier nicht hoch, weil er zu dumm ist. Oder? Kommen Sie her, mein kleiner Creepermann? Ich tue Ihnen auch nichts. Huch! Egal! Ich bin nicht dafür verantwortlich. So, nun mal das hier sichern, dass mir von oben nichts auf den Kopf fallen kann. Und dann weiter das Zeug abbauen. Dann haben wir ja bald schon echt viel Eisen. Das ist ein Skeletchen. Das ist ein Skeletchen. Dann kommen wir gleich hin, nicht jetzt. Gucken wir erstmal da hinten lang, oder da? Ne, dann gucken wir doch da lang. Sollen wir wieder was schnabulieren? Oh. Ach, Zombie. Soll ich das mal hier alles ausleuchten? Huch, nein, das. Du 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 du. Da 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 da. Oh. Ach, Pokken müssen wir dann schon. Wird ich auch echt gerne let's playen, aber mit nem Emulator ist das immer so ne Sache. Und sonst vom Gameboy kann ich ja nicht abfilmen. Kann mir doch irgendwo Eisen. Da Eisen. Alter. Da ist aber das schlimmste noch mit dieser Framerate zu kämpfen. Da gibt's einen Wassereinbruch. So. Na wen haben wir denn da hinten? Ein Zombie, der... Nein, den befreien wir noch nicht. Ach komm. Immer noch nicht. Alter. Alter. Ach hier war der liebe Creepermann vorhin. Da können wir das doch gleich mit ausleuchten. Oh. Und hier geht's auch noch runter. Na super.